Hallo Leute, zum Video heute eine Routine, wo mit Waltraud und Heidi, also eine Routine, wo wir spazieren gehen. Als erstes sind wir ganz schön losgelaufen mit Waltraud und Heidi und meine beste Freundin. Meine Freundin hat dann Heidi genommen, wie sie auch immer, aber okay, ich musste 100 Jahre auf Waltraud warten, aber ja. Ja, dann wurde es. Dann sind wir auf eine Wiese gegangen, wo wir uns ganz schön hingesetzt haben und Waltraud erst mal und erst mal mein Fuß nicht. Ja, also wie schön war es richtig, aber dann war es mir noch sehr gut, aber gleich, dann war das so ein Junge. Jetzt wird dann, ja? Ja. Ja, jetzt mal was wir dann waren. Meine Freundin hat einfach so, hi, du sitzt so. Dürfen die die Runde sprechen? Nein. Die so, hi Mädels. Dann haben wir erst mal getötet, gequatscht. Und, ja. Meine Freundin hat erst mal einen Zuckershop oder irgendwas bekommen mit Heidi. Ja. Und ich liebe Heidi. Hat man auch gehört. Meine Freundin redet gerade die ganzen Reihen. Ähm, ja. So, dann sind wir los, weitergegangen. So, Leute, meine Freundin will jetzt mal was reinsprechen, also was sagen. Ähm, und dann haben uns zwei Jungs so gesagt, so, äh, so kleine Hunde und so. Ja, die haben so, und über, also die haben auch gesagt, ja, rennt, rennt weg, weil wir dann loswollten halt. Und dann hatten wir keinen Bock mehr. Ja, wir sind dann einfach nach Hause gelaufen. Und wir, ja, bis gleich. Dann habe ich gerade, und dann habe ich mit meiner Freundin ein bisschen diskutiert. Ja, und irgendwie, wir sind dann, wir, ich habe ja gesagt, wir setzen uns nur hin, und dann machen wir los. Können wir nicht noch mal? Nein. Und das ging dann auch schon die ganze Zeit, aber, ja. Wir sind dann einfach weitergegangen. Und Waldraut braucht auch wieder 100 Jahre. Meine Freundin hat jetzt erst bemerkt, dass sie den Namen von Waldraut nicht, also dachte, die heißt Waldraut. Waldkraut. Äh, Waldkraut, aber sie heißt Waldraut. 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 Hä? Waldraut. 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 Ähm, als wäre sie die Mutter. Nein. Du hast jetzt tausendmal schon Waldkraut gesagt. Hast du gedacht, die heißt Waldkraut? Oh mein Gott. Waldraut. Oh mein Gott, was geht hier ab? Okay, nächstes Mal. Ja. Waldraut. Die kommen wieder stehen lassen. Und wir laufen ganz getürt nach Hause. Heidi denkt sich nur, oh ey, jetzt rennt die auch noch, ne? Einfach so auf dem Boden liegen. Einfach so, Heidi, erst mal so. Ja, ich bin gerade noch so am Leben. Tschüss Leute, wir sehen uns, wenn wir zu Hause angekommen sind. Wie ist da? Ja, mit den Hunden natürlich. Aber was wollen wir da machen? Ja. Mach das hier? Nein. Ja. Hier ist die Rückmeldung. Warte. Hi. Warte. Hier ist die Rückmeldung. Wir sind schon längst angekommen. Wir haben schon gegessen. Ich weiß nicht, was das ist. Ohne geglückt? Nein. Und genau. Und dann, Tschüssi Leute. Wir schauen mal. Ja. Gut. Tschüssi Leute. Gut.